Ich bin Monika Dannemann. Ich war Jimmys Freundin. Mir hat er gesagt, was er dachte und fühlte, wenn er seine Musik durch die Verstärker jagte. Wenn Dutzende und Hunderte von kreischenden Groupies ihn verfolgten. Ich weiß, wie Jimmy wirklich war. Seitdem Jimmy tot ist, wurden haarsträumende Lügen über ihn erzählt und viel Unsinn geschrieben. Ich bin es endlich leid, mir das anhören zu müssen. Ich habe alles aufgeschrieben, die ganze Wahrheit über ihn. Und ich habe nichts ausgelassen oder beschönigt. Ehrlich, vom Anfang bis zum Ende. Niemand kannte ihn besser als ich. Denn mich hat er geliebt, so wie ich ihn geliebt habe. Und so wie die ganze Welt Jimmys unsterbliche Musik liebt. Mit diesem Song, Hey Joe, begann 1967 Jimmys unglaubliche Karriere. Hey Joe! I said, where are you going with that gun in your hand? Hey Joe! I said, where are you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Viele, viele Hits und Welterfolge kamen danach. Ich habe alles vor und hinter den Kulissen miterlebt. Ich kenne die Wahrheit über Jimi Hendrix.